Jo, herzlich willkommen zurück. Jo, wunderbar. Ich benutze jetzt gerade erst mal wieder Windows 10. Wie hier in meinem letzten Video von mir auch zu sehen ist. Bei dem Spiel funktioniert es, also benutze ich es doch, warum denn nicht, ne? Wollen wir mal weiterspielen, würde ich sagen. Und keine Zeitfahrgeuden hier. Das kann man ja dann wieder hier so per Pausetaste sich dann... Man ist natürlich klar, also ich muss natürlich auch meine Kritik im letzten Teil, also im letzten Part, auch etwas gezügelt, muss man das Spiel sehen, weil das Ding ist halt nun mal komplett kostenlos, ja. Insofern ist das Meckern auf hohem Niveau, ne? Wenn ich sage, ja, die Videos, die sind jetzt, vielleicht liegt es ja auch an der Engine, dass das vielleicht gar nicht besser möglich ist, das Spiel intern halt wiederzugeben und so weiter und so fort. Und, ähm, ja. Insgesamt ist das ein ziemlich tolles Spiel. Guten Morgen, Piloten. Since none of you ended up sucking vacuum on your first training exercise, Lieutenant Colonel Mitchell asked if we could keep from screwing up a few simple milk runs. You may consider them to be on the job training. Today we are tasked with escorting the shuttles and transports that brought you newbies, along with the replacement equipment and supplies you will use for the next few weeks, out of the system. Each of you will be detailed a convoy of a few shuttles or transports, depending on their destination. Personnel shuttle launches have been staggered so that at least one of the Diamondback senior officers will be able to observe you rookies and hold your hands on this mission. As soon as you return, the next escort flight will launch and so on. Check the computers for your assignments. Sandman, you'll be with me on this run. The transport TCS Aurora is headed for the Edding system. We will hook up with the transport and ensure it safe passage. Lieutenants Chaplin and Chrysalogo will be joining us. We have set up a four-point navigational route, passing by an asteroid field and finally leading to the Edding's Jump Point at NAV4. As soon as the transport has been safely delivered, we will return to the Wellington. Yo, aber man muss halt natürlich auch sehen, da man hier keine Schauspieler hat, ist das halt nun mal so, dass, äh, ja, zwangsweise das halt mit viel Text irgendwie, ja, ersetzt werden muss, ne? Ist halt nun mal die Möglichkeit. So, jetzt wollen wir mal schauen hier. Ich habe keine Ahnung, ob ich das mit der Steuerung hier noch drauf habe. Ihr escort ist waiting für you at the designated run of Accordination. Das ist Sandman. Das ist Sandman. Das ist für eine Erdung für eine Erdung. Das ist schön, Sandman. Das heißt, ich bin Assassin. Und das heißt, ich bin Ninja. Das ist schön, Junge. Das ist schön, du auch. Wie lange habt ihr euch auf der Wellington? Was ist das jetzt nochmal hier? Mit dem... Mit dem... Mit dem dritten? Mit dem dritten? Huh. All of us who survived were all promoted one rank after that escape. Das ist echt cool. Ja, aber nicht alle uns Rookies survived. Na, das war für eine riesige Karriere. Ich habe die sahen. Das ist ein Erdung, und ich habe das Gerät und Ninja gefunden. Sie sind gut Piraten. Die Rekord in der Bauten des Terrebesitzung bei der Wellington haben schon gesagt. Sie ist gut zu sehen, dass sie deutlich haben. Für die Markeouselte. Manchmal ist das kleine Gespräche nicht mehr. Ich würde mich nicht beschären. Sie haben diesen Besuch dieser Krankheit herausgebracht. Oh, komm her, Major. Wenn wir dich kämpfen, wir haben wir recht, vielleicht ein wenig Spaß im Moment. Ja, Tom... Die sind da ganz so anders, wo ich bin, ne? Ich glaube, da muss ich hin, oder? Dass er den Autopiloten, dass es hier überhaupt weitergeht. Mal sehen. Das ist der TTS Aurora. Autopilot linkt. Wir sind bereit zu gehen, Lieutenant. Proceed zum nächsten Wegpunkt. Schutzkleid, Schutzliste da. Ich habe das hier wieder rausgenommen. So, halt A, ne? Ja, alle Eingewöhnung ist halt eher nicht so einfach, aber na gut. Mir fehlt trotzdem nach wie vor dieser Sound. Die Musik ist zwar ganz nett an der Stelle, aber... We have reached Nav 1. Scopes are clear. How are you doing so far, Sandman? Uh, fine. Just fine. Ja, es ist etwa diese Zeit auf einer S-Corp-Mission, wenn die Bordung wirklich beginnt zu setzen. Du musst dich vorsichtig sein, um zu fokussieren. Du kannst dich zu früh aufzunehmen. Und wenn du nicht so vorsichtig bist, du kannst sogar zu schlafen. Speaking of which, Major, ich habe diese weirden Wälder schon seitdem. Wie ein Kielraffi-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder? No, really, it's kind of different. And how is that, Lieutenant? You always appear wearing old Cowboy-Antire and leather Chaps with no Pins. The sun is of course cool, isn't it? Oh, not that one again! From the graphics cards. I love that dream. Will you two morons shut up? You are going to traumatize poor Sandman for life! Sorry, sir. And this is what can happen, when you get bored on a transport escort run. Ugh, scary stuff. Transport runs are important to the Confederation war effort, Sandman. Our combat forces need fuel, weapons and supplies. We could lose the war by losing too many transports, even if we didn't lose a single capital ship. Yes, sir. That's of course cool, isn't it? You could also be able to turn around in the flight. And the Joy-Sec can't turn around that way. I don't know if that would go. Probably a ship, right? Yeah, roll or something, right? Im und gegen den Uhrzeiger sind, genau. Kann ich das hier... Er reagiert da nicht drauf, der will einen Knopf haben, ne? Okay. Oder muss ich auf Zuweisen gehen und kann das jetzt machen? Nö. Nummer 7 und 9. Okay. No, mal schauen. Gut. Du kannst, Todd. Let's move on. Proceed to next Waypoint. We have arrived at NAV2. I have visual on an asteroid field. Kilrappian pirates aren't the only threat to our transports. Now, you see those rocks in front of you? Those are called asteroids. They float around and run into things and hurt them. We're here to keep that from happening to the transport. If any asteroids strayed too close to the transport, your job is to blast them. Yes, sir. But, sir, if the asteroids are dangerous, why not just steer the transport clear of them? It's the enemy we can't see that is most dangerous, Sandman. The asteroids provide cover and help us hide our supply routes. Right now, we are just going to skirt the edge of the field. It will provide some natural ECM for us and decrease the likelihood of us being detected. Even though there likely isn't anything out there trying to detect us, standard precautions and all, you know. Keep in mind, though, that the ECM works both ways. So we probably won't see anything the size of a light fighter hiding in the asteroids until it is practically on top of us. So, keep your eyes open for anything in the asteroids. Proceed to next Waypoint. We've arrived at Nav 3. See? I'm reading a lot of rocks and not much else. Looks like there's no danger here, after all. Should we proceed to the next Navpoint? Wait a second. I've got some strange readings on the scope. Analyzing... Contact! I'm picking up multiple bogeys in the asteroid field. Computer reads as Razor and Demon class fighters. IFF is negative. You spoke too soon, Sandman. Look sharp. I'm seeing it, too. Looks like the vessels are Terran. Could they be mercenaries? Or militia? If they were, they would have told us that already. They're probably just pirates. Pirates? How? What would they be doing here? Sandman, just because we've been fighting the Kilrathi for the past 35 years or so, doesn't mean piracy and other criminal activities have just come to a screeching halt. Well, then let's take them out. Well, you need to warn them first. They are citizens of the Confederation, after all. Assassin, read them their rights. Unidentified fighters, this is Arrow Escort Flight from the TCS Wellington. You have the right to get the hell away from us. You have the right to tell us that you are pirate scumbags. And you have the right to attack us and get blown to space dust. What are your intentions over? Die, pig! You know, I'm actually feeling kind of disappointed here. I was hoping for an ARRRRMETI or something like that. Sir, I don't think he liked his rights. I don't think so either. His rights have not liked him. That's cool. Bandits are accelerating to attack speed, heading directly for the Aurora. That does it. Break formation and open fire. Check the TCS Aurora at all costs. Yes sir, breaking formation and opening fire. Maybe that's here. The Aurora is under attack by pirate forces at NAV3. Request backup, over. No, not the TCS on the joystick, but it's also another one. Okay, Sandman, this is the real thing, so keep your eyes open. If missiles are fired at you, you need to make sure to use your countermeasures. Remember, your missile alarm will be faster, the closer the missile gets to you. When it gets close, drop a countermeasure, hit your afterburners, and bank hard. That will be the best chance for evading the missile. Pick out those demons first. They're capable of carrying a heavy missile load that could seriously damage the Aurora. Good for the puss up. Good for the puss up. Grafisch ist das natürlich alles sehr, sehr cool. Oh, den hab ich aber wohl definitiv verwischt, oder? Das fliegt sich definitiv anstrengender. Ja. Konfit pilots suck. Hey, 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 what's it say in your manual about this? Hey, hey, what's it say in your manual about that? This game is actually just a mod from this game, from an engine that was just released, from a new world-world shooter. Now I'm going to rip your head off! I'm going to say, what should I do with the energy? I don't know how it works now. What's the dumbest thing about that? Confed pilots suck! I can do something here, right? Position 1 and so on. I'm going to pick up the 6 buttons. I'm going to pick up the other one. Das versuche ich mal. Es fliegt sich nicht so toll irgendwie. Wundergut. Mager, das ist Viking. Wir haben gesagt, wir waren untertitelung, aber wir müssen uns unterstützen. Wir sind untertitelung, Viking. Aber wir haben einige von ihnen verletzten, und wir sind weg. Sie sind fliegt in den Asteroid-Field. Was ist der Status des Wings? Wir sind alle Funktionen. Sandmann hat nicht so schlecht gemacht in einer realen Kampf. Danke, Sir. Ich habe mein Bestes gemacht. Du bist einfach gut geworden, Kind. Du solltest ihn sehen. Good work, David. Ich kann nicht warten, um zu hören. Das ist richtig. Wir haben eine Entscheidung gemacht. Meine Wings ist noch frisch. Wir sehen uns die Piraten. Negative. Lieutenant Colonel Mitchell sagt, die Chance der Anbush ist zu großartig. Wir sind zu Ende Ihres Objekte, und dann zurück zum Base. Von dort, wir werden eine propere Suche machen. Okay, dann. Wir werden den Transport nach dem Jump Point in Nav 4. Dann werden wir sicher. Viking, wir sehen uns wieder nach Base. Activate Autopilot. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich habe ganz schön was abgekriegt, das Ding war. Das ist TCS George Custer, performing Jump Point Control. Habt ihr irgendwelche Probleme da, Applewing? Wir haben ein paar Piraten, aber wir konnten ihn zurückholen. Piraten? Das ist überraschend. TCS Aurora. Wir sind bereit, um Escort zu nehmen. Affirmative. Vielen Dank für das Escort-Work, Major. Wir werden den Transport entfernen, bis sie das System verlassen wird. Du bist überraschend von der Escort-Tutie. Roger das, Applewing. Geh' zurück in die Wellington. Löschen Tast über Enter. Geh' zurück nach Nav 5. Proceeds zum nächsten Wegpunkt. Haben wir das wohl erledigt? Haben wir die 20 Minuten damit gefüllt? Grafik ist echt Bombe. Es gefällt mir. Das ist sehr geil. Du Landerer. Ja, so groß. Du Landerer. Du Landerer. Erster. Ja, dann. Fertig ist der Lack. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn dann.